Tja Freunde, da hat uns das Spiel noch reingelegt, hey. Mann, Mann, Mann. Es gibt noch Cycles, die wir gar nicht gemacht haben. Die wir brauchen, um überhaupt an Eulen zu finden. Krass, wa? Schiff gesunken. Und sie sind in die Insel getrieben. Ich kann ja nicht weg, Hilfe. Jenseits des Grabs. Okay, off we go. Jo, sowieso. Das heißt, wir... So. Definitiv. Was? Okay, fahren zur ungewohnten Insel fahren. Jo, gerne. Okay. Okay. So. 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 Kommen wir uns ganz kurz aus. Sie werden noch mal etwas futtern. Für den Erfahrungsboost. So. Ich habe schon gesehen, da wäre noch mal ein Gespräch drin gewesen, aber da verzichte ich jetzt mal. Ich weiss, es ist... So. 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 Hast du hier alles weggebracht, um mich zu schrauben, oder hast du dir geändert, um mich zu sterben zu machen? Was, wenn ich hatte? Du hast kein Recht. Du, der abhörst du deine leidenschaften Worte, und verabschiedet hat, um alle Menschen zu verabschieden! Und für was? Wie kann jemand so мощiger als dich selbst, auf die Kräfte auf die Kräfte? Not this again. I ran from this once, but I must face it now. The crown contest was never for me. I apologize for dragging you along, but I do not regret my choice in the slightest. Listen to me, Kelzulik. People change. They can change given time, and regardless of their race. I know you're a capable man. You could do so much for others if you were so inclined. Me? Impossible. It's too late for me. Death. Death closes in on me wherever I go. What? That's all, Matrius. Is she alive, Till? It's dead! Miss, man. 59. Okay, green. So, der hat reingehauen, wa, Kumpel? Immer schön rauf, Freunde. Immer schön rauf. Er will, Come on. Er will! Take one to five. Inferno crossing! Healing circle! You just like that, good backhand. Start by holding the front line. No sooner said then die. No sooner said than die. No. Here's a healing! Doch, bitte. Freunde, ihr habt schon ganz andere vierer Plugge gemacht außer dich. Aber der hat zwei Schwachstellen, wir haben ihn gerade wieder auf. Und die Hälfte ist schon down. Mist, kommt nicht mehr an seinen Schwanz heran. Und die Hälfte ist schon wieder auf. Hohle dich mal, Alter. Oh! Und Rising Phoenix! Was? Ich muss gerade richtig loslegen, dann passiert so eine Scheisse. Ich glaube, meine Überlehmung ist auch gut. Ja natürlich. Und das war! Das war's! 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 Artefakt Min-Arbeiter-Mütze! Erlaubt das mitnehmen von individuellen Level und Werten der Gruppe New Game Plus! Okay, wir können direkt das Level so mitnehmen! Krass! Ja gut! Neue Insel! Wir haben ein bisschen... Ja gut! Level 100 sind wir noch nicht, aber immerhin etwas! Was mich jetzt interessiert... Das war's! Das war's! Der Eulenwald! Wie viele Zeitgeist sind's aktuell? Äh... Warte mal! 1... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 9... 9... 10... 12... 12... 13... 14... Hä? Ich habe mehr auf 70. Warte mal. Ich muss was anderes machen. Es sind immer 10 Stück hier auf einer Liste. Wenn ich das Zeug wegnehme, nehmen wir jetzt 20, 30, 40, 50, 60, 69. Eine fehlt trotzdem noch. Generell hätte ich einfach so sortieren oder kann ich irgendwie die Anzeige ändern, aber das bringt mir jetzt auch nicht so viel. Ich habe vermisst, sie ist hier irgendwie tatsächlich halt, naja, die Nummer. Nein, ich werde schon stimmen. Können wir uns mal um Eul Nummer 38, die letzte. Die ist in Ganavaros angeblich. Kann man das Lort sogar. Obwohl die einfachste von allen war. Das war als angeblich dieser seltsame Dreizack und der erlaubt uns wohl. Fertigkeit mitzunehmen. Kross. 1923. Also würden wir uns theoretisch noch vier Artefakte fehlen. Ich empfehle ihn. Aber wir müssen ja jetzt alle Dinge haben. Alle Reulen. Das ist ein Unterschied. Was ist das? Neuliger Samlo, ok. Es ist so, dass wir alle Wurzeln in Danna haben. Du weißt, wenn wir alle sehen, glaube ich, dass wir sehr gut haben. Wir sprechen über eine fantastische Sicht. Ja, seine Majestät und seine Majestät sind auch sehr glücklich. Wenn sie alle alleine sind, ihre Wurzeln in schulden. Ich habe alles damit, dass sie viele Freunde haben und leben glücklich. Hey, manchmal bin ich ein bisschen grumpier. Ich spreche für die Wurzeln, nicht über dich. Well, zumindest Hoodle ist nicht mehr alleine, richtig? Genau. Hey, Hoodle? Hoodle, ich denke, du solltest bleiben. Wenn du immer mit uns gehst, wird es konstant zu kämpfen. Und du bist in viel mehr Gefahr. Aber das ist ein sicherer Ort. Felt mit vielen Freunden für dich. Außerdem kannst du viele neue Sachen mit Freunden lernen. Wie viele neue Sachen, die ich gelernt habe, seit ich mit Alphen und allen anderen kennengelernt habe. All ich konnte dir zeigen, war zu spüren von twig zu twig. Aber jetzt, siehst du. Du bist auf neue Höhe. Du kannst, woher du willst, auf dein eigenes Leben jetzt. Also, bleiben hier. Und bleiben mit deinen Freunden, okay? Oh! Are you sure about this? Hey, I didn't mean for you to... It's okay. I made up my mind. We stuck with each other for as long as we did, because we had no one else to depend on. Now, it's for the best we stay among our own kind. Take care of yourself, Hoodle. Dein Ernst jetzt? Oh, warum? Dann wirds Hoodle bei uns... Vielleicht wirds Hoodle lieber bei uns bleiben. Oh, also... Manchmal eh, ganz ehrlich. Natürlich verstehe ich sie auf eine gewisse Art und Weise, aber trotzdem. Das ist einfach... Das ist einfach nur scheiße. Mann. So, irgendwie... Haben wir jetzt noch ein Ding bekommen oder nicht? Aber irgendwie ein bisschen verwirrt zum Teil. Und Bins wohl immer noch. Naja. Äh... Outfits und natürlich auch ein paar neue Dinge bekommen. Natürlich auch mit Waffenskin und so. Ist klar. Hortsatz-Tortenschneider. Hm. Wenn wir hier... Den Ding hier nehmen. Wenn jetzt bei ihr vielleicht etwas... Irgendwie so... Puppe der Eulenkönigin des Eulenkönigs... Ne, das sieht einfach alles scheiße aus. Also... Finde ich persönlich, dass es einfach kacke aussieht. Diese Extras. Ne, ansonsten gefallen mir die Outfits in der Regel. Diablo & Nox. Ja. Können wir einfach mal gucken. Jetzt mal irgendwie ein... Jo, etwas cooles oder etwas passendes hat. Festtracht. Trauertracht. Feierlich. Ja, natürlich. Ich meine... Wir sind bald durch mit dem Spiel. Wenn jetzt ein Grund zum Feiern ist, weiß ich auch nicht weiter. Ok. Ne, das ist definitiv nichts. Nein, das auch nichts. Osrex. Hm. Naja, es passt zwar zur Rüstung. Sag jetzt mal. Eine Grenze-Shield passt auch. Also... Ich glaube, da bleibe ich auch bei dem, was ich schon habe. Das als Zeremonien-Ding, ja. Sag jetzt mal. Theoretisch kann man mit dem Hammer noch ein bisschen was machen. Ne, bloß kein Dut, ey. Bloß kein Dut. Aber Turgis-Blauer-Tiare wäre auch etwas. Passt generell so zum Kleid. Jo, warum nichts? Äh... Freunde, Freunde, Freunde. Was sollen wir noch tun? Wir haben... So ist also nur noch eine Quest übrig. Noch ein bisschen seltsam finde ich hier. Oder mal. Das sind... Der Eulenwald? Ja. Was ja aber... Verlassen, Eulenwald. Achso. Ja gut, dann kommt wieder zurück. Okay. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Es sind schon zehn. Da habe ich euch jetzt nicht erzählt oder so. Es sind zehn. Dann zum dritten Mal. Das zum vierten Mal. Das zum fünften Mal. Das zum sechsten Mal. Wir sind wohl doch nur 69 Quests, wa? So würde ich mir noch einen fehlen. Müsste ich dann vielleicht mal Offscreen kurz nachgucken, welcher das ist. Weil das dauert ein bisschen. Dieses Prüfen, wenn der Quest uns dann noch fehlen würde. Der ist ja nie ein Background hier. Verdammung 확인iert und vertreint. Aber das wird er nicht SURP Walking好像 ähnlich ist. Ich rede mir, dass ich von Herrn unterdieben ent buddy auf meine Freunde nicht davon kubineити. Wunderschön einen rule! Oodle hat seine eigenen Wings. Wenn er zu verlassen hat, er könnte, wenn er wollte. Er kann zurückkommen zu diesem Ort, wenn er will. Aber jetzt, was er will, ist, dass du mit dir sein kannst. Es ist wahr, dass seine eigene Kind hier ist. Und er weiß das. Aber er wird nicht wissen, ob du immer wieder sein kannst, Rynwell. Aber, ich meine... Ich glaube, er fragt dich, ob du wirklich willst, ihn zu gehen. Nein! Natürlich nicht, ich will ihn wirklich nicht gehen. Oodle ist die einzige Familie, die ich habe. Dann ist es entstanden. Oodle hat ein Ort, wo er nach Hause kommt, wenn er will. Und das wird niemals verändern, die zwischen dir. Bist du sicher, wenn du so, Hoodle? Wuh-hoo! Take care of our friend. I pray your journey is a safe one. Okay, enough already. Drr. Drrrr! Drrrr! Thank you. Try to be nice to one another, your majesties. Well, what's the answer? Oh, well... Yeah, of course. Yeah. We'll both take care of each other. Ich zeigte die Auge. Let's go, Hoodle! Im Vergleich zu sonst mal ein bisschen früher Schluss. Ich werde mich mal ein bisschen informieren, welche Quest uns noch fehlen könnte und würde die gegebenenfalls noch nachholen. Ich würde vermutlich auch Offscreen noch ein bisschen trainieren bei dem Ollen Kronos. Mal gucken, wieviel Level ich da mit einem Kampf rausholen kann. Und ja, ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns vermutlich nochmal diese Sidequests hier an. Wo wir gegen alle ehemaligen Bossen nochmal antreten müssen. Also eben auch gegen Balsev und so. Natürlich auch Genebeld und Almedria vermutlich, Wulran vermutlich auch nochmal und so. Mal gucken, was da dabei herausspringt. Wird sicher eine Heavy Quest werden. Ansonsten, wenn das irgendwie nichts mehr wird oder so, wenn ich keinen Bock mehr drauf habe, fehlt bloß noch eines und zwar die SAO Crossover Quest. Also die DLCR mal erhalte. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Oh, Entschuldigung, der Knopf. Danke fürs Zusehen und hoffe doch bis zum nächsten Mal. Zurück bei Tales of Arise. Bye Bye.